Damit machen wir gleich einen fliegenden Wechsel. Okay, dann schalten wir hier nochmal schnell das Bild um. Konstanze Kurz ist unsere nächste Sprecherin, ist aus Berlin zu uns gekommen. Sie ist Sprecherin des Chaos Computer Club Berlin, Deutschland und ist Redakteurin bei Netzpolitik.org, Informatikerin und war heute schon auf einer Pressekonferenz der Oppositionsparteien in Österreich zum Bundestrojaner Überwachungspaket und wird uns heute zum Bundestrojaner aus deutscher und österreichischer Perspektive einiges Spannendes erklären. Vielen Dank.